Fachwissen, Begeisterung und Vielfalt. Das zeichnet unsere Mitarbeiter aus und darauf bauen wir seit 130 Jahren. Als sich 2010 ein Koffer auf die Reise durch die Trägerwelt machte, legte er 103.000 Kilometer zurück und durchquerte 18 Länder. Entstanden ist ein Buch voller Geschichten und Bekenntnisse unserer Mitarbeiter zu Träger. Sie alle sind mit dem Herzen dabei, damit aus Technik, Technik für das Leben wird.